Du kannst. Du oder er. Bist du denn zu vereinen? Was bildest du dir rein? Wir müssen längst in der Kirche sein. Juni, Juni, Juni! Komm nicht, wir müssen hier weg! Jetzt! Wir heiraten jetzt! Ich gehe jetzt hier später hin. Geh, steig rein! Du kommst jetzt mit mir rein und heiratest mich. Ist das klar? So wie unsere Ehe? Ich kann doch nichts dafür, dass du keinen Job hast. Nee, aber du könntest vielleicht... Oskar, ich will jetzt wirklich nicht mehr darüber reden. Ich habe ein wichtiges Meeting in der Handelskammer. Aha. Wieder mit diesem Krüger nehme ich an? Ja. Na dann ist es auch wirklich wichtig. Spar dir deinen Sarkasmus! Und hör endlich auf mit deinen Eifersüchteleien, sonst friert bei mir wirklich alles ein. Ich kann doch auch mal auf den Eiferscheiden. Ich kann doch gar nicht mehr so spaziativ sein. Ich kann doch gar nicht mehr so spazieren. Ich kann doch gerne mit den Eiferscheiden. Und das ist auch gut. Ich kann doch gar nicht mehr so lösen und bei mir an. Du kannst doch gar nicht mehr so viel Zeit. Ich kann das nicht mehr so viel Zeit Halle machen. Und das war gar nicht mehr so Zeit. Ich kann doch auch gerade noch weiter. Ich bekann doch wieder? Untertitelung des ZDF, 2020